Wollt ihr da gleich rein droppen oder was? Was? Ja, die Alpha hat da einen Sandy vorbereitet. Achso, ich dachte, wir sind nicht sicher. Achso, ne. Teil überprüft! Ja. Hier, monizieren. Was denn da los? Voll noch einfach. Schutzschildgenerator kritisch. So kann man noch 7 lange fliegen. Haben sie unabsichtlich entfernt. Achso, die war jetzt nicht mehr. Ach. Was ist das? Aber keine Sorge, du bist in irgendeiner Kühe. Wir wollten halt die Spannung mehr aufrecht erhalten. Ja. Dauert es heute 10 Minuten? Oder 20 Minuten? Wenn wir uns dann noch in der Südstraße kommen rein. Wieso New Meter? Ja, dann machen wir was Neues. Schussgeruch. Ich bin weit weg. Naießen, Mann. Ich hab in einem Schussgeruch. Ich bin sicher. Nein, wir sind ja nicht mehr im Schussgeruch. Wir sind ja schon. Naja, ich hab in einem Schussgeruch. Okay, wir sind ja nicht mehr im Ihr seid ja nicht mehr auf So, rein mit euch. Generatorinnen sind down. Geht schon rein, sterben An alle GNGs, die bei ALF vor allem die jetzt bei Subterranean sind, stellt euch bitte auf, wir machen da gleich sofort den Max Crash runter in dem Moment, wo der Gen down geht Das heißt, ihr könnt bitte die Concussions schon mal so vorbereiten, dass wir die 15 Sekunden runterfallen Okay an alle GNGs, Concussions runter, Concussions runter Okay, keine Granaten mehr und go, 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 go ... ... ... ... Ah, ich meine, wir hüpfen da aus. Wo meinst du? Super. Ich weiß nicht wie, ich glaube, hier steht ein fucking Kloxer an dem Heft die ganze Zeit. Ich gehe jetzt in Sandi bei Silver Valley. Wo? Im Norden. Da? Ja, ein bisschen weiter Richtung. 20 Meter oder so. Da oder was? Ja, und jetzt bloß noch ein bisschen. Ja, doch. Okay. Hier rein sporen kann ich euch draufhören. Ne, wir sind hier unten im Dinger und wir müssen hier bleiben. Ja, dann versuche ich das allein zu machen. Ja, ne, dann kann ich eine Attacksümer so machen. Ist eigentlich Rain, wir nehmen das alles. Ja, wir haben zwei Beaver da. Ja. Du bist da. Gut. Das ist schwer, weil ich jetzt nicht glaube. Ne, ich könnte, ne. Ah, ich könnte, ne. Okay. Okay. Die Kloxer, in der Luftverschmacht in der Region. Aber ist der Druck. Die Hände in der Region. Die Kloxer, in der Region. Die Mikroxer, in der Region. In der Region. In der Region. Die Ja, wir werden nur noch runnen. Die Kloxer, in der Region. Die Kloxer, in der Region. Die Kloxer, in der Region. Was ist das? Oh, uh, let me fix it. Schicksal generator kritisch. So, wer hier unten in der Mitte stirbt und nicht revivet wird in den 30 Sekunden, der wir dann hochrichtung Cartoon Y-Point. So, wer hier unten in der Mitte stirbt und nicht revivet wird in den 30 Sekunden, der wir dann hochrichtung Cartoon Y-Point. Um den Generator zu depravieren. Um den Generator anzudrehen. Oh man, das ist für eine knappe Sache. Oh man, das ist für eine knappe Sache. Oh man, das ist für ein paar Tage. 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 Ja, also an alle Genies, wenn ihr das durchzieht mit Septuantium, dann Respekt. also spielt auf die fans so ich will das bei sieben sekunden alles zum punkt gehen also jetzt bitte alle auf den a-tom wir haben die einrichtung befreit wer loppt uns hier so wenigstens wobei irgendwas ja gute arbeit dass jemand aufgenommen hat